Musik So meine lieben Kinderchen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Randalls Monday und ich bin mal gespannt welche Übeltaten und welche Ekeligkeiten wir heute noch verbringen können Denn gestern war ganz schnäglich mit der Kurzerei, aber die Sprüche sind so super cool Aber eins habe ich vergessen, wir haben ja nun von unserem Freund Matt, haben wir das Portemonnaie aufgesammelt Und ich denke mal auch geklaut und da ist dieser Verlobungsring oder beziehungsweise Hochzeitsring für Sally drin Und den haben wir dann jetzt auch damit, ob wir den wieder geben würden Und vor allem gab es dann heute und ich befürchte, es wird sich da wohl drum gehen, dass wir uns in einer Zeitschleife begeben werden So, dann legen wir jetzt direkt los und untersuchen mal unser wunderschönes Apartment oder unsere WG Hier können wir mal drauf gucken, was wir abchecken können Das heißt, wir können mal gucken nach unserer Billardkugel oder beziehungsweise nach unserem Chip Aber wenn wir zur Arbeit gehen, äh hier die Unterhose vielleicht da unten Da haben wir den Wecker Warum sollte ich den Wecker mit rumschleppen? Ich frage mich das auch den ganzen Tag Ich finde es aber geil, dass es diese Tipps einfach so gibt, ne? Ja Hier die Socke vielleicht Warum zum Geier sollt ihr die Socke mitnehmen? Die bleibt schön da liegen Ja vielleicht wäscht du sie mal Das gefällt mir ganz gut Das gefällt mir ganz gut Und das auch? Das gefällt mir ganz gut Schön, das freut mich, lieber was damit Okay Äh, papp, 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 papp Mal gucken, was ist mit dem Poster? Ich nehme die scheiß Poster nicht mit Ja, reiß dich doch mal ein bisschen zusammen hier. Bin doch nicht irre. Hab das Spielen vor Jahren aufgegeben. Warum? Hier hab ich nur noch aus Nostalgie hier rumstehen. Okay, tut mir leid, Leute. Und weil ich sie nicht bewegt kriege. Ja, wahrscheinlich. Tut mir leid, Leute. Ich hab das Spielen auch aufgegeben. Wir sehen uns nicht mehr wieder, da ich das Spielen aufgegeben hab. Und ich muss mir was anderes überlegen, womit ich jetzt YouTube-Siee mache. Also bis nächstes Mal und ciao. So. Ähm. Ja, ich glaube, was ist denn mit der Leiter hier los? Das ist unsere Fluchtleiter. Ich glaub, ich nehm lieber die Tür. Okay. Aber ins Wohnzimmer wollen wir gucken, ob unser tierischer Mitbewohner, der noch Grundslaute machen kann, da ist. Und ob er vielleicht wirklich tot ist. Wie sauber ist das hier bitte? Hier, komm, wir machen mal sauber. Yeah, aber eingepackt. Ja, klasse. Was ist das, Yoshi-Ei? Nichts. Ach, guck mal hier. Hier, so ein Jedi-Padawan-Helm. Nichts. Ey, das ist wirklich von Star Wars. Guck mal, da ist sogar dieses Rebellen-Zeichen da oben drauf. Nicht schlecht. Nichts Nützliches. Nichts Nützliches. Gefällt mir da ganz gut. So schön. Hier, nimm mal das hier mit. Okay. Das ist der Türsommer. Hier haben wir die Zeitung. Okay. Neueste Nachrichten. Dann liest du vor. Die Nachrichten von heute. Schon heute. Ach was, echt jetzt. Hä, entsetzt? Das kann ich hier machen? Gibt nichts, okay. Die Küche ist ja echt extrem sauber. Hier die ganzen Schachteln und so. Ich meine, so würde ich auch gerne hausen. Hier mache ich nicht sauber. Mortimer ist dran. Und der ist tot. Hier mache ich nicht sauber. Ja, ist ja gut. Es hilft sicher nicht, sich Grün anzuziehen und sich auf die Suche nach dem Triforce zu machen. Warum eigentlich nicht? Hier, kannst du meinen machen. Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Was ist das denn? Kann ich nicht machen, Amigo. Da klebt irgendwas die Tür zu. Himmelarschen zu werden. Hier, was mit der Bananen hinten. Das können wir doch mal abchecken. Ja, das haben wir schon. Und das hat er schon auch besprochen. Hier, was mit Müllhänden. Da gehe ich nicht näher ran. Könnte ich ja irgendwas angreifen. Das ist sein Zimmer? Das ist sein Zimmer? Ich hätte jetzt gedacht, das ist so der Vorratsraum, wo man vielleicht Müll lagert oder sowas. Ich weiß, keine Ahnung. Ich lage im Vorratsraum eigentlich kein Müll, aber man weiß ja nie. Du machst das Fenster nicht auf, weil wegen was genau? Aber hier stinkt es. Okay. Wir sind mega bewaffnet jetzt auf jeden Fall. Die Einzelheiten im Bücherregal sind hier wirklich so wichtig. Buchstützen. Auf gar keinen Fall. Okay. Wie vielleicht? Auf gar keinen Fall. Nichts Nützliches. Du bist doch ein alter Penner, Randall. Komm, geh mal ab. Mortimer! Ich gehe zur Arbeit! Oh Gott. Ist das mein Kater? Oder klopft der Tod schon wieder an die Tür? Er hat Zweiteres. Wer auch immer Sie sind, ich will Sie nur wissen lassen, dass ich die Knarre meines Vaters... Randall Hicks! Lass den Scheiß und mach die Tür auf! Mr. Marconi? Bin sicherlich kein Vertreter. Mach die Tür auf! Wahrscheinlich der Vermieter, ha? Der sollte hier vielleicht nicht reingehen. Ich bin froh, dass Sie es sind. Aber machen Sie das bitte nie wieder. Verdammt Hicks! Wovon redest du? Davon mich so zu erschrecken! Neue Hosen kann ich mir gerade nicht leisten. Mann, Cannelloni! Hast du mich gerade Cannelloni genannt? Ach, kommen Sie. Ich hatte eine schreckliche Nacht. Könnte schwören, dass mir jemand die ganze Zeit ins Ohr geflüstert hat, dass ich verflucht bin. Und ich bin fast sicher, dass ich wieder in den Schrank gepisst habe. Weißt du, was für ein Tag heute ist? Ja, oh nein! Wollen Sie etwa das Frettchen aus dem Rohr entfernen? Ich weiß nämlich nicht, ob ich körperlich ertragen kann, Ihnen den ganzen Tag... Okay! ...den Mauer dekutiert zu sehen. Gehen Sie etwa in Rente? Oder alles Gute zum Vermietertag? Alles Gute zum Vermietertag? Ist das nicht der Tag, an dem Sie von Tür zu Tür ziehen und die Miete senken? Echt witzig. Die Miete, Hicks. Wie immer bist du zu spät dran. Ich sehe mein Geld nicht. Ich auch nicht, Mr. Makroni. Aber kommen Sie schon. Bin doch nur ein paar Tage überfällig. Keine große Sache. Du schuldest mir die letzten drei Monate. Oh, da muss es wohl irgendwo Probleme mit dem Papierkram gegeben haben. Verdammte Bürokratie! Ich werde mal mit meinem Finanzberater reden. Ich melde mich bei Ihnen so schnell ich kann. Bitte, Hicks. Du hast so viel mit einem Finanzberater am Hut wie ich mit Ballettschuhen. Lass dir was Besseres einfallen. So wie damals, als ich Sie mit Goldmünzen bezahlen wollte? Das waren golden angemalte Kronkorgen. Ich habe drei Wochen gebraucht, um die Farbe von meinen Händen zu kriegen. Mr. Makroni, ich wollte mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Mr. Makroni, ich habe ein Problem. Mr. Makroni, ich wollte ja mit Ihnen reden, aber ich fürchte, Ihnen wird nicht gefallen, was ich zu erzählen habe. Da bin ich sicher. Ich habe das Gefühl, wir driften auseinander. Wovon redest du da? Ich treffe jemand anders. Verstehen Sie das nicht falsch? Ich liebe Sie noch immer und alles. Es ist nur... Ich glaube nicht, dass das mit uns beiden was wird. Okay. Was zur Hölle? Nein, sagen Sie jetzt nichts. Wir beenden das besser jetzt, bevor das Verlangen uns übermannt. Aber halten Sie mich. Nur ein letztes Mal. Gottverdammt, gib mir einfach mein Geld. Mir reicht's. Okay, ich glaube, wir kriegen richtig Probleme, ne? Mr. Makroni, ich habe ein Problem. Du wurdest mit einem Problem geboren. Nein, so war das nicht. Das Ding ist, mein Job macht mich wirklich fertig. Ich werde ausgebeutet. Es kommen immer hunderte von Bestellungen rein, die alle pünktlich und in perfektem Zustand geliefert werden müssen. Und wissen Sie, was das Schlimmste ist? Diese Böse, egal. Die Kunden, alles Egoisten, die sagen nie Danke oder Schönen Tag noch. Die behandeln mich wie Dreck, wissen Sie? Als hätte ich keine Gefühle. Die sagen nur Sachen wie, das Paket ist kaputt. Das Paket sollte nicht tropfen. Das ist nicht die Adresse, die sie suchen. Ist es denn zu viel verlangt, dass sie einfach unterschreiben und ihr kaputtes Paket behalten? Render. Ja, Mr. Makroni? Du arbeitest für den schäbigsten Kurierdienst der Stadt. Ach, für Hermes. Und du denkst länger darüber nach, wie du von der Arbeit wegkommst, als du tatsächlich nicht arbeitest. Wow, 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 Mr. Makroni. Das ist aber so nicht ganz richtig. Doch, das ist es. Randall, du bist wie ein Sohn für mich. Weißt du, was das heißt? Ach, wie schön. Wenn wir rummachen, wäre das jetzt... Ach, scheiße, Freunde, ey. Dass sie bereit sind, mich zu unterstützen, bis ich meinen eigenen Weg finde. Oh mein Gott, wollen sie mir ein Auto... Dass ich im nächsten Sonntag bin aufgeregt von der Menge und dem Team gewinne in der Hoffnung, dass wir in Gesprächen Blumen und Bühnchen führen. Irgendwas wollte ich sagen. Ich hab's vergessen. Scheiße. Es passieren so viele Dinge in diesem Spiel einfach. Und das ist echt gut einfach. Das hält mich total glücklich, das Spiel. So... Hm... Ja, wenn wir rummachen, wäre das Inzest? Jesus H. Christ. Deine Eltern tun mir leid. Danke, Mr. Makroni. Sie sind wie der Vater, den ich immer wollte. Nieses Jahr zum Vatertag mache ich Ihnen eine ganz besondere Karte. Mit Macaroni und Glitzer. Du machst mich fertig, Hicks. Nimm dir lieber ein Beispiel an deinem Mitbewohner Mortimer. Der ist ein echter Arbeiter. Wovon reden Sie da? Der Typ ist seit Monaten nicht aus seinem Zimmer gekommen. Er ist der perfekte Mieter. Er ist ruhig und macht mir nie irgendwelchen Ärger. Alles, was du kannst, ist mir das Leben zur Hölle machen. Ich weiß, Mr. Makroni, keine Megafone mehr nach 10 Uhr. Wie versprochen. Und soweit ich weiß, spricht Mortimer nicht mal unsere Sprache. Lass ihn in Ruhe. Versuch lieber selber, verantwortungsvoller zu sein, Hicks. Wie wär das? Fang mal was mit deinem Leben an, Herrgott, nochmal. Ja, ja, geht sofort los. Übrigens, Sie sagten, Sie würden mir mein Megafone wiedergeben. Ich will mein Geld. Jetzt. Das Problem ist, wenn wir versaufen unser Geld, das ist das, was ich sagen wollte. Ich glaube, wir versaufen unser Geld, deswegen haben wir kein Geld mehr für die Miete. Ähm. Oh, ja, warum denn eigentlich nicht? Wo Sie Mortimer gerade erwähnen, er sollte sie bezahlen. Gott. Oh, ich hatte gerade das, was man in Alkoholikerkreisen als Moment der Klarheit bezeichnet. Ich hab meine Hälfte letzte Woche Mortimer gegeben. Das reicht, Hicks. Dein Mitbewohner ist ein vielbeschäftigter Mann, also erspar ihm deine Lügen. Geh da rein und bring das in Ordnung. Ich gehe nicht hier weg, bevor du bezahlt hast. Ähm. Oh. Mr. Marconi, wussten Sie, dass es da dieses Gerücht gibt, dass Sie so viel Geld haben, dass Sie gar nicht wissen, wohin damit? Sehe ich für dich aus wie Kröser? Wahrscheinlich. Nee, wie ein Rockofeller. Sie sehen eher so aus, als müssten Sie in einer Mülltonne wohnen. Sehr witzig, Hicks. Weißt du was? Ein Anruf von mir und du wärst Fischfutter. Ist das so? Äh. Ich bin nicht der Typ für Marine Fauna, aber wenn eins dadurch klar wird, dann das, dass Sie ein wohlhabender Mann sind. Da fällst du doch gar nicht auf, wenn ich diesen Monat keine Miete zahle. Hicks. Okay, Mr. Marconi. Ich sehe mal, was ich machen kann. Hey, wir prophezieren ja bei mir auch ordentlich, ne? Das ist ja der Hammer, ne? Weil wir da mal irgendwann nicht rausfliegen, ey. Puh. So, was ist hier? Ähm, Genosse Mordheimer, Alarmschulro, der alte Marconi will, dass wir uns in Schulden sein. Heute, Mordheimer, der Vermieter ist gerade hier. Er sagt, wie das von Schulden und das wie Körperteile, die er uns ausreißt. Also bitte komm aus einer Gruppe, damit wir das regeln können. Ach ja. Und er sagt, er hasste ich den Mordheimer. Du kannst mal deiner Hälfte der Miete eine Tür durchschieben. Marconi war dann... Okay. Genosse Mordheimer, Alarmstufe rot. Der alte Marconi will, dass wir unsere Schulden bezahlen. Heute. Oh, da ist er ja. Mordheimer, lass den Scheiß und gib mir das Geld oder du warst morgen mit meinem Kopf auf deinem Kissen auf. Und du bist der Nächste. Wenn ich ihm sage, dass du Mrs. Marconi Liebesbriefe geschrieben hast, gehst du mit unter, mein Freund. Ich habe kein Wort verstanden. Ich dachte, wir hätten uns drauf geeinigt, dass einmal Kno Nein heißt und zweimal Ja. Ich bin schon so weit, dass ich dir einfach die Tür eintrete und dir aufs Dach steige. Warte mal. Dreimal Kno? Alter, die Ansage war zwei heißt ja, eins heißt nein. Aber drei? Was soll das? Das fängt an zu reden. Ach, schade. Ich verstehe deine Sprache einfach nicht. Können wir wieder mal die Klinikunstin? Okay, du bist auf dich allein gestellt. Wenn der alte Marconi dir reinschneit und blablabla dann. Übrigens, ich habe ihn in Cannelloni genannt und mich über die Körperhygiene lustig immer. Viel Spaß. Übrigens, ich habe ihn Cannelloni genannt und mich über seine Körperhygiene lustig gemacht. Viel Spaß. Naja, ich könnte zur Arbeit gehen und nach einer Gehaltserhöhung fragen. Aber ich fürchte, vorher muss ich noch einen Weg hier rausfinden. Und? Ich will mich nicht noch mal mit Marconi und der Ader auf seiner Stirn anlegen. Zusammen machen, nämlich fertig. Okay, dann nehmen wir doch das Fenster. Gut. Wegflüchten. Wir flüchten uns zur Arbeit. Was war denn das? Was ist denn das? Ernsthaft? Da gehen wir jetzt raus. Aber so furchteinflößend wie Marconis harige Ader ist es noch lange nicht, würde ich wetten. Das ist ja die Katze. Vielleicht doch. Also dem Klang nach ist ein Scheißmonster in der Gasse. Jetzt mal im Ernst. Ich bin relativ zu jung, um zu sterben. Okay. Ich sterbe also hier. Aber wenigstens werde ich dem Tod in die Augen sehen und sagen, ich fürchte dich nicht. Okay. Dann mal los. Hallo. Ach, das ist die hässlige Mietze-Katze. Ach, süß. All das wegen einer dämlichen, dreckigen Katze. Naja, schon irgendwie peinlich. Wie die Oma da rauskommt einfach. Und dann hat es keiner gesehen, außer der Katze. Und natürlich Mrs. Grozer. Die ist ja süß, die Oma. Was können wir hier machen? Ja, den Haken wegmachen. Können wir, wollen wir die Blümchen. einen scheiß Blumentopf? Okay. Den soll ich jetzt auch noch mitnehmen? Warum denn? Ich traue mich nicht, sie anzufassen. Was, wenn sie nur ein Geist ist? Ich komme nicht ran. Die Katze muss weg. Okay. Können wir denn was anderes machen nochmal irgendwie, dass wir hier diesen scheiß Haken? Ich komme nicht ran. Okay, lass mal nach oben gehen nochmal. Haben wir da oben denn irgendwas, was wir, womit wir die Katze füttern können? Oder wir schmeißen einen Müllbeutel einfach auf die Katze rauf? Und sich alles bereit bin, ne? Okay, es gibt nur die Möglichkeit, nach unten zu gehen oder eben halt ähm, wieder rein. Aber ich wüsste nicht, was ich da... Den Besen, wie komme ich denn an mein Inventar ran? Kann ich die nicht mit meinem Inventar verprügeln? Ich habe doch einen Besen. Warte mal, wo ist denn... Wie komme ich denn da ran? Warte mal eben. Ja, 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 ist ja gut. Muschikatze. So, blau. Okay. So. Willkommen. Da haben wir unser Inventar. Der Besen. Was machen wir jetzt? Können wir damit nicht die Katze... Genau, da, die Katze. Oder hier. Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Aber damit kriegen wir vielleicht die Katze weg. Ich will keinen Streit anfangen. Mann! Dieses Tier sieht gefährlich aus. Das sieht gefährlich aus. Du solltest nicht mal sehen, wenn ich bieten werde. Was haben wir denn hier noch? Ein Kuchenstück, Portemonnaie von Dings, von Matt, die Fairbillon und ein... Was ist denn das? Hier. Vielleicht hat die Hunger. Komm hier, Kätzchen, iss was. Das behalte ich lieber. Warum? Okay. Das Poppennee, was ist das? Die Fairbillon. Wofür ist der Besen denn nützlich, ey? Wenn ich damit nicht mal den scheiß Haken lösen kann? Nur damit bekomme ich die Leiter nicht los. Nur damit kann ich Dinge kombinieren, aber ich habe ja keine Möglichkeit, die Fairbillon zu aufblitzen. Hier ist speichertes Kette. Warte mal, was ist das? Nix. Okay, was ist das? Ja, Zeitung. Haken, hier, lies mal. Wenn du das für eine gute Idee hältst, wie wäre es mal mit einer Pause vom Spiel? Okay, lass uns mal gucken. Dann gehen wir mal wieder hoch und dann gucken wir mal in der Wohnung, ob wir da irgendwas finden können, womit die scheiß Katze loswerden können. Oder die Leiter irgendwie. Vielleicht haben wir noch Werkzeuge oder so einen Scheiß. Warte mal, der Wecker, der Wecker, der Wecker, der Wecker, vielleicht können wir die Bilderkugel mitnehmen, mit die Katze mitschmeißen. Nee, auch ich. Gut, dann raus da. Ähm, Pfeile würde ich persönlich auch mitnehmen. Naja, komm, lass mal, was ist das denn? Nichts Nützliches. Mäh, 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 mäh. Ich könnte durchs Fenster abhauen, aber das da führt nicht zu Feuerleiter. Ja, das haben wir schon fast gedacht. Okay, wir brauchen aber auch irgendwas, womit wir die scheiß Mietze Katze loswerden. Vielleicht, ich weiß nicht. Hier mache ich nicht sauber, Mordi. Sollst du auch nicht, du sollst du was zu essen mitnehmen. Kann ich nicht machen, Amigo, da klebt. Okay, dann lass uns doch mal da hin. Was ist auf Toilette denn los? Vielleicht können wir da irgendwie hin. Da gehe ich nicht näher ran. Okay, Badezimmer. Da waren wir noch gar nicht, ne? Oh, das ist aber sehr, sehr groß. Verdammte Axt. Was haben wir denn hier so Feines? Die kleine Bügel. Geil, das können wir mit einem Besenstiel kombinieren. Hey, man soll kein Wasser verschenen. Ne, auf gar keinen Fall. Ich will Hände waschen. Ja, später vielleicht. Okay. Gut. Wie kombiniere ich denn die Sachen? So. Okay. Na komm. Na komm. Mach da mit dem Inventar auf, du henni. So. Kann ich das, warte mal, nee, nicht das Portemonnaie, stoppen. So. Okay. Okay, an für sich wollte ich, okay, mal gucken. Jetzt fliegt doch die Katze, und das kann echt nur witzig werden. Tau. Perfekt. Ich bin die stinkende Katze losgeworden. Und die Luft ist rein. Du bist verflucht. Du bist verflucht. Was bitte bin ich? Verflucht. Verflucht? Das habe ich mir also nicht eingebildet? Du bist verflucht. Oh Mann. Hast du mir die ganze Nacht in den Ohren gelegen? Besten Dank für diese höllische Nacht. Es war die schlimmste meines Lebens. Bis auf das eine Mal, als ich drei Jahre alte Mayonnaise gegessen hatte. Warte nur, bis ich unten bin. Du bist verflucht. Jetzt reicht's. Niemand verflucht Randall. Zu cool einfach. So, komm. Tschüss, Mrs. Groser. Grüßen Sie Mr. Groser von mir. Habt ihr das gerade gesagt, oder war das jemand anders? Ach, der Penner. Oh, der... Uh, uh, uh. Du bist verflucht. Scheiße. Wie wahrscheinlich war das? Puh. Das war knapp. Ich glaube, ich kotze gleich mein Herz raus. Puh. Der Geschmack der Freiheit. Du bist verflucht. Langsam, langsam. Dich habe ich nicht vergessen. Kleinen Moment. Ich check nur kurz, ob alles da ist, wo es hingehört. Und dann entscheide ich, ob ich mich mit dir anlege, oder sehe, dass ich hier wegkomme. Nachdem ich dir ein Stein ins Gesicht geworfen habe, oder sowas. Der arme Penner. Gehen wir mal hin. Du bist also ein Penner, hm? Du bist... Wie jetzt? Du weißt nicht mal, wer das Opfer deines Geschreis letzte Nacht ist? Falsche Adresse. Die Katze ist Dalan. Äh, du bist genau der, den ich suche, du Penner. Dein Tag als Fluchtbringer sind gezählt. Oh Mann. Armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir... Oh ne, ich hatte genau das Wort. Oh Mann. Armer alter Kerl. Der Alkohol hat dir das Gehirn zersetzt. Hör zu. Dein Problem ist, du hattest ziemlich lang kein Mädchen mehr, wenn überhaupt jemals. Hab ich recht? Na du mal zu, Penner. Ich hab da zwei Worte für dich. Halt deine Scheißfresse. Man sagt, dass wenig zu wissen gefährlich ist. Ah. Was ist, wenn ein Mensch zu viel Wissen besitzt? Naja, der endet nicht in der Gosse, so viel ist mal sicher. Wo hast du den Spruch überhaupt her? Aus einer Fernsehserie oder so? Nein. Du meinst ja? Nein. Echt nicht? Weil ich glaub, den hab ich letzte Woche bei Scary Door gehört. Nein, hab ich gesagt. Wir Penner sehen uns keine Sci-Fi-Serien an. Ja, wie denn auch? Du hast dich grad verraten, alter Junge. Nein. Das glaube ich nicht. Okay. Was auch immer. Pass auf dich auf, alter Junge. Und mach keinen Ärger. Nicht, dass man dich wegsperrt. Wir sehen uns wieder. Kannst kaum erwarten. Du bist verflucht. Halt die Schnauze. Also, jetzt kannst du es wohl kaum leugnen. Du hast es gesagt. Ich hab dich gehört. Was gesagt? Warum tust du mir das an? Ich hab dir doch gar nichts getan. Noch nicht. Aber du wirst. Ich kenn Leute wie dich. Ich hab selber Probleme, weißt du. Mein Boss und mein Vermieter sind Deppen und beide sind angepisst. Und wenn ich das nicht in den Griff bekomme, wohne ich bald auch hier unten bei dir. Wenn Wissen Macht ist und Macht korrumpiert, wie soll die Menschheit nur überleben? Das große Mysterium. Musst du nicht ordentlich fürs Copyright blechen oder sowas? Nein, ich nicht. Okay, klasse. Also zusammenfassend, du bist ein Penner und ich bin verflucht. Genau. Aha. Hast du nicht gesagt, du weißt nichts darüber? Das war nur meine Meinung. Ich denke, du bist verflucht. Und ich kann dir helfen. Oh, interessant. So, meine lieben Kinder, wie wir da rauskommen aus dieser Situation, das sehen wir wahrscheinlich in der nächsten Folge. Haut rein und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal und tschüss.